Lasst uns gemeinsam beten. Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. So will ich jetzt in Frieden schauen, im Frieden gehen. Mich führen lassen und die Sühne annehmen. Der Frieden Gottes ist mir hier in diesem heiligen Augenblick gegeben, so wie auch Gottes herrliche Liebe zu mir. Hier auf Erden sind wir der Macher der Welt, der Sanftmut, der Vergebung, der Reinheit, der wahren Wahrnehmung, geführt durch den Heiligen Geist. Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Nun ruhig sanft in ihm, in Gott, in seinen liebevollen Armen, im Einssein mit allem, im Licht badend, im Himmel in mir. Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Ich bin kein Frieden Gottes. 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 Untertitelung des ZDF, 2020